ja hallo hier ist wieder harry vom win-win marketing team von lauf jedowski und heute ist das video recht kurz heute möchte ich nun mal etwas klarstellen und zwar weil mir das aufgefallen ist bei den meisten kunden oder bei vielen kunden und ja es geht hier um ja wieder keyword analyse aber vor allem mailverlauf wie geht es jetzt eigentlich vonstatten also ihr kommt ja wahrscheinlich die meisten von den kunden kommen über dieses formular das heißt irgendwann mal im buch oder irgendwann mal seht ihr einen link oder in nach seinen newslettern und dann seht ihr dieses formular hier und dann seht ihr schön nette nischen seiten die von uns hier angeboten wurden die wir sind dann schon fertig analysiert werden dann noch erstellt extra für euch und mit potenziellen traffic und den einnahmen und entsprechend der preis 500 für über 4500 einnahme pro monat und bei mehr als 4500 also 500 euro bei weniger als 5000 also vier ab 4500 und drunter kosten die dann 400 euro weil einfach die 500 euro diese blockbuster nischen die sind schwieriger zu finden das ist der unterschied so und jetzt habt ihr die möglichkeit hier rechts einzugeben in dieses feld falls euch ja falls sie an eine nische interessiert seid die hier nicht gelistet ist also kann sein dass die also jemand anderes schon hat oder kann natürlich sein dass wir noch nicht im sinn hatten einfach und das ist immer gut wenn ja kunden lieber eine eigene nische haben möchten weil die wissen was sie wollen und können dahinter stehen als wenn ihr wenn ich jetzt sage okay hauptsache geld weil klar ist das ein hoher traffic und das sind hohe einnahmen aber wie man anderen videos schon bereit erklärt man muss auch was dafür tun man muss hinter seiner seite stehen man muss dafür arbeiten das ist nicht das geht alles nicht von heute auf morgen wer das sagt es stimmt nicht und weder las noch jemand anders von uns würden so etwas erwähnen dass das mal schnell geht es ist möglich und es ist auch möglich diese potenziellen einnahmen zu knacken aber man muss dahinter stehen man muss wirklich sich weiterentwickeln wollen und das ist durchaus eine sache von jahren bis man ja die 10k zum beispiel knackt so wenn ihr also hier text eingibt eure e mail adresse also ich hoffe die richtige e-mail-adresse nicht irgendeine dann weil ihr bekommt immer dann auch hier eine antwort an auf eure e mail adresse bitte keine romane wird man auch welche die von ihrem ganzen leben erzählt haben hat auch was dann kann man mehr besser analysieren aber dann kann ich nicht so viel analysieren pro tag das limitiert ist dann limitiert annahme kann man optional nehmen und ja wenn ihr das abschickt kriege ich eben diese mail kriegt dann wie man hier gibt zwar einen kunde der eine nische anweset haben möchte und dann kriege ich diesen text hier und je nachdem wie der text dann sei bedeutet also entweder ich habe das und das und kommen davon und davon her und ich möchte jetzt in diese richtung gehen oder einzelne wörter also einzelne wörter geben mir als der an den analysieren die möglichkeit breiter breit gefächerter zu suchen zum beispiel sprachen dann gibt es so viele sprachen und so viele möglichkeiten von elektronischen translatern über bestimmte kurse ja wenn ihr dann natürlich in tiefe geht ist da der spielraum nicht so hoch also bin ich fast ja mehr froh weil wenn ihr mir diese möglichkeit lasst nur einzelne wörter abzugeben damit ich weiß okay diese keywords kannst du dann mit auch mit man googles dann analysieren und wenn es was anderes ist zum beispiel toilettenpapier oder so oder oder wc irgendwie einfach nur wc als keyword einfach okay da zählt toilettenpapier dazu da zählt auch noch einrichtung dazu also da ist die möglichkeit einfach höher dass wir zum beispiel auch nicht nur eine nische euch analysieren können sondern sondern mehrere und ihr könnt dann aus diesen mehreren durchaus aussuchen so ich sende euch dann das zurück das ist jetzt erst mal ein leeres formular da kriegt kriegt ihr dann hallo der name und dann vielen dank dass ihr etwas uns geschickt habt und dann kriegt ihr die hauptnische die url die wird erstellt aus eurem haupt keyword der hauptnische und den bernau net weil es auf unseren servern läuft das ist auch noch eine frage die öfters kommt muss dann dieses bernau net hinten dran sein wenn ihr bei uns unter dem auto nischen marketer hosten wollt eure seite laufen lassen wollt dann müsst ihr das mit übernehmen wenn ihr das nicht wollt diese benauern hat gibt es zwei möglichkeiten ihr habt woanders eine seite dann müsst ihr euch natürlich mit den entsprechenden anderen hosts auseinandersetzen oder ihr habt einfach irgendwo eine umleitung das heißt ihr habt einfach eine seite die registriert und dann läuft die alles auf eurer benauernit seite so dass dazu denn diese drei keywords die wir euch anbieten also ein eine nischen seite besteht immer aus einer hauptseite und drei unterseiten und dann diesen maximal traffic den ich berechne also den ich arm addiere unter dieses potenzial was ich berechne an einnahmen das habe ich in meinen anderen videos schon erwähnt und dann gibt es mehr oder weniger wie ich schon erwähnt habe entweder ist es eine nische die ihr bereits schon wünscht dann ist das einfach schwarze getroffen oder etwas ähnliches wenn du dich auf das und das spezialisiert wenn einfach diese nische zu hohe konkurrenz hat die du ja gesucht hast oder wenn die schon schon vergeben wurde wenn wenn die einfach zu klein ist es gibt anfragen von kunden die sehr sehr spezielle cremes verkaufen möchten von einem speziellen hersteller die konkurrenz also die die nachfrage ist einfach zu klein oder nämlich okay wenn wir jetzt auch öfters mit 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 amazon arbeiten dann lasst uns doch auch amazon produkte nehmen und die produktpalette ist so breit dann lassen sich auch noch spezielle cremes finden und deswegen bekommen dann diese kunden auch eine extra analyse wo dann steht ja hautcreme oder gesichtscreme mit aloe vera oder was auch immer und dann geht es ein bisschen davon ab dann eine einschätzung zu der konkurrenz je kleiner die nische desto wahrscheinlicher ist es dass es die konkurrenz gering ist mittlere nischen und immer noch akzeptabel nicht schon sind gering bis mittelhoch mittelhoch ist schon etwas schwieriger da muss man sich ein bisschen mehr reinsetzen hinterher setzen und ein bisschen arbeit investieren schon und die konkurrenz ist ein bisschen höher dann bei vielen blockpastern die sind dann auch in richtung mittelhoch aber optimal ist gering bis mittelhoch oder gering und dann gibt es texte wie wenn du möchtest dass wir deine nischen seite oder die nischen seiten erstellen es gibt ja natürlich auch an fragen die sehr breit gefächert sind so dass ich hier drei nischen seiten analysiere und es ist natürlich möglich dass ihr denn zwei von denen kauft denn wenn ihr den auto nischen marketer mit bucht habt ihr gleichzeitig ja den fünf slots für eure nischen seiten die ihr dann um hosten möchtet das heißt ihr zahlt jetzt nicht den nischen seiten auto nischen market hat dreimal wenn ihr drei nischen seiten habt sondern einmal einen auto nischen marketer und dann entsprechend für die nischen seiten erstellung ja also dieses 500 euro oder 400 euro ist für die erstellung der nischen seiten für die texte für das banner für das design und auch was dazu alles dazu führt klicke bitte auf diesen link oder ist hier ein link und erwerbe x einheiten also entweder möchtest du die eine nische dann natürlich eins und wenn jetzt wenn zwei nischen sind dann kann man auch natürlich zwei einheiten kaufen da sind wir nicht böse jetzt denken sich wahrscheinlich viele kunden auch wenn ich jetzt auf diesen link klicke dann kaufe ich sofort eine und deswegen kommen fragen die die bereits schon geklärt sind entweder in dem video also hier in dem video dann weiß ich alles klar die kunden haben sich das video nicht richtig angeschaut sehr oft passiert das oder sie klicken nicht auf den link und der kommen nicht auf die auflistung der dienstleistungsmerkmale und dann kommen fragen wie was ist das genau wie teuer ist das genau und damit ich dich dann schreibe klingt klicke bitte auf den link wahrscheinlich haben die angst davor erkläre ich dann noch mal alles und ja theoretisch könnte ich alles copy and pasten noch mal aber gemeint ist man klickt auf den link es gibt keine link auf der welt wo man sofort was kauft ohne seine 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 kontodaten anzugeben und sicherlich habt ihr das bei uns nicht getan vorher also klickt man auf den link und kommt mal zu diesem bestellformular und da ist dann alles schön von oben bis unten aufgelistet momentan gibt es hier gerade eine aktion für den backlink setter aber diese aktion sind immer nur zeitlich imitiert und dann möchten wir dass ihr uns anschließend feedback gebt weil wenn ihr jetzt hier auf digistore etwas kauft dann wissen wir dass ihr von dass ihr bei digistore eine einheit das und das gekauft habt und das war's und und dadurch dass es ein extra mail ist und sie nicht im automatismus hinterlegt ist also in einem extra automatismus müssen wir das müssen wir die diese nischen analyse mit dem kauf verlinken in unserem system und deswegen bitten wir um ein feedback und dieses feedback heißt alles klar habe gekauft und das reicht schon dann weiß ich okay das war die analyse aus den anderen mails aus dem mailverlauf alles klar analyse dann hat er die gekauft okay und dann können wir diese nische und den kauf verlinkt und wissen alles klar das ist genau deine nische das ist automatisch natürlich schon wenn ihr auf diese nischen webseite jetzt erwerben drückt dann ist das automatisiert in unserem system drin nicht aber bei dieser nischenanalyse dann war es noch wichtig für uns solltest du den auto nischen marken noch nicht haben das heißt man ist neukunde erwerbe bietet auch diesen um das hosting der nischen seite zu ermöglichen viele dachten dass in den 400 oder 500 euro bereits ein endloses hosting drin ist oder sie wollten diese nischen seite auf irgendeiner anderen plattform produziert haben ist natürlich schwierig weil wir mit automatisierten systemen arbeiten und wir haben server extra server bei strato die sind sehr performant und dort haben wir ein ein eine domain die heißt bernow net und da können wir alles mögliche nischen seiten erzeugen und das geht effektiv automatisiert und ja günstiger deswegen als andere anbieter also ihr werdet keinen anderen anbieter finden die eine günstigere nische nischen seite oder eine webseite verkaufen deswegen müsst ihr den auto nischen marketern holen aber wenn ihr diesen ja schon habt habt ihr diese fünf slot und das wenn das eure zweite webseite ist dann braucht ihr den auto nischen marketer natürlich dann nicht so dann haben wir am ende des formulars noch einen weiteren satz angehängt bitte 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 innerhalb einer woche oder wann auch immer du diese mail bekommst als antwort und diese diese nische nicht benutzen möchtest oder wenn du sie auch für einen monat reserviert haben möchtest in ausnahmefällen machen wir das auch zwei der drei monate das ist ja überhaupt kein problem aber unsere erfahrung ist dass ich viele kunden nicht mehr zurück gemeldet haben gar nicht und das ich rede von 50 60 prozent und damit diese nischenanalysen nicht einfach ins graue fallen und für immer verloren sind und aus unserem gedächtnis raus möchten wir auch ein gerne ein negatives feedback oder nein ist nicht meine nische nein danke das reicht schon vollkommen aus es sind zwei wörter um dass ich weiß okay die nehmen wir jetzt unser system mit auf und wenn da wieder entweder ein kunde fragt nach dieser ähnlichen nische oder wenn wir wieder nischen seiten anbieten möchten dann nehme ich die einfach mit auf und dann können das natürlich andere kunden auch kaufen selbst wenn der kunde unklar ist ja das kann ich mir jetzt nicht leisten und vielleicht im nächsten oder im nächsten Monat ist überhaupt kein problem dann können wir das auch einen monat reservieren und dann kann man sich am folgemonat nochmal nochmal melden und sagen okay im nächsten monat möchte ich dann wieder oder man nimmt die nische dann aber auf jeden fall haben wir sie dann in unserem system drin und können entweder ja die reservieren oder jemand anders geben gut das war's wieder vielen dank fürs anhören und zusehen und gebt uns gerne einen daumen nach oben abonniert unseren kanal und wir sehen uns dann bei der nächsten analyse oder dem nächsten erklärungsvideo bis dann tschüss und bei uns nochuer hides ruhig who mit